Oh man, diese Pinguine tun mir so leid. Ey, ich meine, die tun mir überhaupt nicht leid. Wollte ich grad sagen. Ich bin cool, okay? Das ist grad echt ein bisschen sus, ne? Ja. Sus. Wild. Gomme-Mode. Wind nähern. Gomme-Mode. Wir brauchen übrigens noch ein paar von diesen Lebenstränken, oder? Ja, hab ich vorhin schon gesagt, wir brauchen noch Lebensquartz. Ah, Lebensquartz. Damit wir alle auf Max kommen. Dann gehe ich auf Lebensquartz-Suche. Warte mal, dafür hole ich mir mal einen Erz-Trank. Einen Erz-Find-Trank. Decaying Leaf, ist das dann der nächste Gegner? Das ist der nächste Barbese. Bababese. Babadesde. Babadesde. Warte mal, Trank. Aber dafür würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die nächste Rüstungsstufe. Nun gut, Kunigunde. Oh, dafür brauchen wir Scherbe der Lehre. Oh, ne, Kram aus Starbe. Stimmt, oh Gott, ist das alt. Oh, krass. Woher kenne ich das? Ich habe keine Ahnung von dir, also, was er gerade gesungen hat. Der Tag an dem Kunigram aus Starb. Das ist irgendein altes Lied, ne? Ein richtig altes. Ja, ja, safe. Richtig, richtig alt. Ah, stimmt. Das kam, glaube ich, mal in irgendeiner The Best of irgendwie was. Als Wehrstab? Das ist halt übelst das. Übelst das. Sadelied halt. Übelst das. Das ist übelst das. Meine Feelings war neu. Übelst das. Wer ist gestorben? Wovon singen die? Ich weiß nicht, ob das eine wahre Begebenheit ist oder nicht. Aber auf jeden Fall singt die von ihrer großen Liebe, die da den Drogentod gestorben ist. Geil. Na so. Hab' mir noch vor, aber das dauert noch. Ich arbeite dran. Ja. Das ist mein Lebensziel. Sus. Ist auch wollen. Gommemode. Liga. Shish. Jetzt ist es nicht von ARD, äh, die, 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 die Jugendwörter des Jahres vorliest. Das ist übelwitzig. Da kommt doch immer dieses Hass auch her. Dieser, dieser Nippel da. War so dieser Kussclip. Das Hass. Oder wie sie auch... Susanne Daubner, ne? Ja, genau. Und dann, äh, das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Und wenn sie nicht wissen, was das ist, erkläre ich es ihnen. Cringe ist, wenn ich das hier sag. Und dann sagt sie doch irgendwie so, ey, das ist echt voll hip. Oder irgendwie sowas. Sagt sie dann, was richtig Cringe ist. Aber voll cool gemacht. Weil sie selber zugibt, dass sie Cringe ist. Weißt du, was ich meine? Das fand ich voll sympathisch. Ja, die ist halt nicht doof, ne? Nee. Die ist halt ein bisschen Cringe. Ich sag doch, der ist schon cringen. Weil, im ist doch ihr Job, da kann sie doch nichts für, dass sie das vorlesen muss. Oh, doch. Hehe, der hat das wirklich vorgelesen. Wie dumm kann man sein? Tja. Wie gut, dass ich hier vorm Fernseher sitze und urteilen kann. Ja. Was besseres bin. Ja. Hilfe, Jadis. Ich werde überramt. Äh, da, 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 da. Ich schnetze da einfach alles weg. Ja. Wobei, die Sense finde ich noch geiler. Muss ich nicht so nah dran und kille trotzdem. Ich finde das voll geil mit diesem hohen Gras. Das sieht voll nice aus. Ja, auch so Jungle-mäßig hier in dem Sumpf, ne? Das ist schon geil. Da sind Pferdkämpfer, die machen mich fertig. Oh, diese übelsten Sensen noch. Und wir brauchen Lebensquars, also wenn du hier irgendwo was rotes schimmern siehst, da bin ich auch gerade auf der Suche genannt. Aber ja, das ist ja wirklich noch nicht. Gibt es nicht so einen Trank dafür? Ja, aber, ja, dafür braucht man allerdings, äh, Schatten-Dings. Sag nicht, Ram, ich wollte den gerade machen. Nein, nein, nein. Das ist so witzig, äh, weil ich hab das von auch schon gesagt, dann sagt Frau so, ah, ich hol mir jetzt diesen Trank. Also jetzt wirklich vor so fünf Minuten oder so, ja, ich hol mir jetzt diesen Trank und so. Und jetzt sagst du, ey, gibt es doch nicht auch so einen Trank? Ey, Leute, Leute, gibt es doch nicht echt noch einen Trank? Feier ich auf jeden Fall. Oh, fuck. Oh, das war meine Rettungsleine. Ah, du hast eine. Mhm. Oh, ich hab einen Stab für mich gefunden. Der macht richtig Damage. Oh, nice, was macht der? Set Release Projectiles. Ja. Macht der ordentlich Damage, oder? Ich hab ein blaues Licht gefunden, und was macht das? Es leuchtet blau. Oh, mein Gott, es leuchtet blau, genau. Das war auch geil. Am Tag, oh, jetzt hab ich dieses Lied die ganze Zeit schon vor. Oh, shit. Shit, ey. Oh, warte mal, hier ist was. Alter, der Stab ist ja richtig geil. Der ist ja richtig Dreidel. Dreidel, 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 ich verarmte dich aus. Ey. Wild. Der geht geil, ey. Wild. Äh, ich hab 38 Lebensquarz, Phagus. Sehr gut. Noch mehr. Ich hab auch noch sieben, und ich hab auch noch was für die Truhe getan. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen für einen Trank. Fragezeichen. Den ich, ja. Ich hab auch ein Instagram-Ohr, insgesamt 150 brauchen wir. Brauchen wir ein Militium-Ohr noch? Ja. Ja, 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 das ist nichts, das ist die nächste Stufe. Mycelium. Ja, dann hab's ordentlich viel jetzt hier. Sehr gut. Ja, genau. Mycelium. Ich dreh dir die Zehen um. Äh. Kann ich das überhaupt abbauen? Ja, kann ich auch. Geil. Oh, geil. Nicht nur strengen. Schwellig, überschwellig. Geil, der neue Stab gefällt mir. Was kann der Tolles? Der schießt so ein Projektil, das immer langsamer wird, und wenn es zerplatzt, also entweder an einem Feind zerplatzt, oder einfach über Zeit, dann, ähm, schießt der so in alle acht Richtungen. Fass. Dass die Sensor einfach durch Wände angreifen kann, das ist so OP, ne? Ja. Genauso wie deine Viecher ja auch. Ja, aber die gehen nicht, die gehen nicht einfach von sich aus durch Wände, wenn, wenn keine Verbindung zu dem Gegner da ist. Ah, verstehe. Okay. Aber ich mach auf jeden Fall deutlich mehr Schaden jetzt. Liebensquads, sehr geil. Ah, ich geh kurz davor zu sterben. Okay. Okay. Keine Reaktion. Ja. Ja. Hilfe. 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 So ein Echo so. Hallo. 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 Ist da jemand? Leute seid ihr noch da? Ich hab Angst. Oh Mann. Ich hab noch mal so ein Schild gefunden, Janus. Schild? Ach, von ihm das? Was? Da ist der Big Red Truck in Mainz. Joe, du bist gerade im Truck in Mainz. Der ist so in Truck in Mainz. Der ist so in truck in Mainz. Das ist so in TP in Mainz. Das ist so in TP in Mainz. Ja, als das dich mal übertreibt und 70.000 Mal mal ähnlich ist, ich glaub, da checken es dann so langsam. Robert, als ob sie diesen Witz noch nie gehört hätten. Ja, ja. Irgendwie wenn du so einen Nachnamen hast, der immer irgendwas anderem ähnlich klingt und dann... Andersee! Haha, wie denn anders? Haha, woanders? Ich heiß gar nicht Raul, ich heiß anders. Ich wusste es. Und dann so, haaaah. Ich will jetzt überhaupt gar nicht lachen, aber wenn ich das so ein bisschen anstrengend aufbringe. Haha, äh, 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 äh. Wir nehmen sein Leisen schon eher... Weil wir im Beulen sind. So wie wenn Liam lacht, so. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Liam lacht. Das hört sich aber schon eher an wie eine Verspannung oder so. Ja, 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 ich wollte er da immer so ein bisschen. Ja, geil, ja, ja, ja. Das sind doch die Beste lachen. Dann muss man gleich noch fünfmal mehr lachen. Ey, ich weiß noch, Eli, ich hab' den tauchen uns immer so hoch, ey. Wow, 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 ich bin fast tot. Ich, äh, muss mich, glaub' ich, mal zurückporten. Kannst du mir mal deinen Scheiß zuwerfen? Ja, lass mal weiter nach oben gehen, wo es ausgeleuchtet ist und nicht gleich Viecher kommen. Ja, warte. Schmeiß einfach mal alles rüber. Ja, nice Treffer. Sehr gut, ich habe ihn gekillt. Oh, ich habe noch einen Resistenztrank, der ist ja auch wild. Sorry, Ramin, du hattest es gesagt, wie viel wir brauchen Lebensquarz, wie viel war das nochmal? Ich habe es vergessen. Insgesamt 150. Ich habe den Höhlenforscher-Trank jetzt gefunden, dann kann ich ihn ja gleich einsetzen. Oh ja, das ist wild. Nice. Ich finde hier nämlich gerade irgendwie gar nichts an Lebensquarz, aber ich bräuchte diesen Trank auch so eine Scheiße. Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen was gefunden, aber das war ja auch nur ein Tropf auf dem heißen Stein. Sieben Stück oder so. Okay. Ich habe 40 in der Tesch. Hier sind 20 in der Kiste. Okay, das heißt wir haben 60, 490. Oh, diese Viecher hier nerven, ey, alles ausleuchten. Am Fenst. Hä? Ach, das sind nur dieses Dämpseln. Aber wie sieht das denn aus? Ach, wahrscheinlich ist es das da hinten. Es ist so, ja gut, jetzt leuchtet das alles, jetzt ist eh bunt, das ist schwer zu sagen. Aber es sind so kleine Splitter, ein bisschen rötlich. Ja, ich glaube, da ist was vor mir, ich gucke gleich mal. Aber es ist echt scheiße hier durchzukommen mit den ganzen Viechern, ey. Ja, es ist halt echt übel, es ist echt viele Gegner hier. So, ich gehe mal kurz ratsen, damit mein Life wieder voll ist. Hä, warum heilig nicht? Habts trank? Du müsstest eigentlich heilen. Eigentlich müsstest du heilen, ja. Ich bin in ein Bett reingegangen, aber ich schla... also hä? Muss es immer ein eigenes sein? Muss dein eigenes sein. Ah, ach so. Vielleicht? Oh krass. Nee. Ich heile immer noch nicht. Nee, es muss auch nicht das eigene sein, ich glaube auch nicht. Also man kann sich einfach scheiß drauf in irgendein Bett legen. Hm. Ah, man darf nicht hungrig sein. Hä? Ach so, ja okay, gut, das äh... Ist ja voll bescheuert, okay. Hätte ich mir jetzt aber tatsächlich auch gedacht. Wieso habe ich 270 Leben? Ach so, weil ich gerade Popcorn gegessen habe. Ach so. Alles klar. Ähm. Dann komme ich wieder zum Stumpf. Und dann suche ich weiter nach Lebensquartz. Äh, Roy, wollen wir mal zusammen rumlaufen, ich sehe nämlich Erze und du könntest äh mit was wegnetzen. Ja. Ich komme zu dir, Runder. Und der Runder. Und der Wunder. Gern geschehen für den Album. Gern geschehen für den Auge. Gern geschehen für den Album. Hintergrund, dass nochmal draussen wir mal kümmern. D Civilc arenat eine vor party, die im Karnepl株ポf Earth geht vielleicht so aus. Gern geschehen für den Album. warum denn jetzt um den wir wollen jetzt um den lingadäris ja ja warte ich habe gerade noch gold gefunden das kann ich nicht liegen lassen gold and silver greed is good green is better so oh mein gott so dass viele gegner holy shit holy ski auto richtiger sie kamen vorhin ja ich bin gerade fast bei dir gleich wieder alter wenn die slams zum angriff ansetzt und kriegen ja ganz im bildschirm weiter ja das habe ich auch gerade festgestellt ja da ist lebensquart oder doch nicht mit selium aber so als jetzt hast du so schon was gefunden ja was nächstes mit selium aber ist ja auch gut mein trank geht noch genau fünf minuten so lange muss ich noch schnell erz finden wissen jetzt dank gerannt ich kann ja einfach gucken ja da hat sie viel eisen ja moin also weisen so wenn ihr eine waffe habt holt ihr lebensquart ja eben glaube aber hier könnte direkt was hinter sein das ist aber das ist auch geil mit selium würde es eigentlich nicht sehen feinde fagos worten einfach deutschen 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 von ein seiden nein so dann hatte ich getötet wollen das ist witzig stört bevor es selber so auf schreit weil wir links immer steht direkt er ist eine grau du stirbst übrigens gerade genau dann sagen wir gar nichts ach und danke dann höre ich mal auf damit ja ach so jetzt kann ich gerade genau porten danke hör doch mal auf zu sterben zu sterben danke das habe ich mir das habe ich immer gemacht mir nichts dabei gedacht man soll nicht sterben so das soll ach man ach das bringt gar nicht das ist eher auch schlecht leute wir haben jetzt so lange gezockt und ihr seid noch nicht einmal gestorben ist euch das eigentlich gar nicht peinlich aber nichts verstanden haben ja ist doch wie darksauce gestorben wird immer hier tryhards ahaa guckt euch diese tryhards an leute ich bin seit einer minute und ich bin schon 5mal gestorben du bist seit 2,3 sekunden gestorben das war doch ganz einfach warum geht ihr nicht einfach in die lava ich stört mich so sehr an beim sterben die ganze wisse trottel ich habe keine hohen ansprüche ich lasse mich gleich von dem ersten mob killen Ähm, okay, wo bist denn du, Janus? Left. Äh, ich bin weiter Auburn, wo Talos auch umläuft. Ah! In die Lever gelaufen. Aber irgendwie ist hier wirklich wenig mit Ernst, muss ich sagen. Und man kommt hier immer auch echt beschissen durch wegen den Gegnern. Ja, warte, dann lass uns mal unsere Kräfte bündeln. Wo ist denn die Strehler kreuzen? Die Lanzen, ach nee. Ach nee. Nee, das ist ja Hobo. Ey, Champion Shield, jetzt habe ich auch eins. Was bringt das? Kannst du anstatt des Prinz die Dinge nehmen. Ah ja, für den Kampf, ne? Geil. Noisy Tone. Ich finde so viel Bananensitzlinge, Junge. Also wir müssen mal, ach scheiße, Kokosnuss ist ja wie abgeführt, findet man an der Oberfläche, ne? Ach, da ist wieder Herz. Oh, ich glaube, das ist Lebensding. Also genau in die Richtung da. Das ist da rechts, das ist Mycelium. Aber trotzdem holen. Ach nee, ist Mycelium. Okay. Mycelium. Stimmt. Nee, Kupfer sogar nur. Oh fuck it. Okay. Äh, hier ist ne... Rocky doodle doo. Ja, dann bin ich, glaube ich, mal ein bisschen weg. Hey, das ist ja mies. Ich hatte ja einfach durch die Ecke schießen. Wer würde denn sowas mieses tun, um sich einen Vorteil zu ergaunern? Nice, ich habe ne Kess gewonnen. Vielleicht widerlich. Diese Kisten, die rumstehen, auch immer kaputt machen, ne? Da ist Gold drin und kann auch Lebensquatz oder Mycelium barren. Ja, ja, okay, dann nehme ich immer mit. Mycelium-Ohr habe ich hier auch. Mycelium-Ohr. Mycelium-Ohr. GTF? Wer macht denn daraus ein Ohr? Oh, Ohr. Kannst du besser hören. Wer macht denn daraus ein Jeanchen? Ein Ober-Jeanchen? Swarm-Door-Rust. Ah, der hat eine Sieberhilfe. Ich glaube, das ist der. Ach so, okay. Ja, komm her. Rechts. 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 Okay, lass uns mal hier kurz, weil hier ist eine Truhe. Wieso? Pass auf, pass auf, du bist tot, Mann. Ja, ich heil mich, ich heil mich, es bringt nichts. Zwei, eins. Nice. Du wolltest die Truhe noch haben, deswegen. Genau, so sieht es aus. Ich habe nämlich wieder Erz. Er schnüffelt oben rechts, also, ne, eigentlich ganz genau oben. Oh Gott, wir müssen jetzt mal alle weghauen und von hinten, oh, ich bin tot. Nein. Ich habe nicht auf mein Life geachtet. Ich habe auch nicht. Ah, die Sterbe auch. Oh, 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 oh. Zu spät. Ich hatte keine Chance. Wir sind solche Naps. Das ist ja auch noch von Revit ausgelacht. Nein, Leute, lass mich doch nicht alleine. Nein, nein, ihr werdet nicht alleine. Ich glaube nicht, außer wenn ihr gestorben seid oder so. War nicht so witzig. Weil Jane es noch gesagt hat. Pass auf dein Leben auf den Schliff. Das ist scheiße, jetzt bin ich selbst gestorben. Jane ist wachsam, ist der Auge weg und kurz danach einfach stirbt. Stimmt. Du bist der Klaziken, ey. Scheiße, ey. Du bist die Tarts. Ich will dich geschissen kriegen. Nein, Quatsch. Teuto, ey. Du bist der Klaziken.